Als Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani sich am Donnerstag den Fragen von Pressevertretern stellte, erntete er schnell eine Flut von Spott in den sozialen Medien. Der ehemalige Bürgermeister von New York geriet augenscheinlich ins Schwitzen, als er sich zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahl in 2020 äußerte. Offenbar löste sich dabei auch ein Haarfärbemittel und ran ihm in braunen Streifen über das Gesicht. Die eigentliche Aufmerksamkeit hätte wohl der Nachricht gelten sollen, dass das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump eine Klage im Bundesstaat Michigan zurückgezogen hat. Trumps Anwälte hatten bei ihrer Klage Wahlfälschung und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe in Wayne County gelten machen wollen. Zuvor hatte ein Gericht allerdings den Antrag schon abgewiesen.